Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute mit einem Opening mit Black Soul Diana. Was? Ja? Oh mein Gott. Link zu ihrem Kanal in der Videobeschreibung. Und ja Leute, wir machen ein Opening heute. Aber da ich immer so Pech habe, will ich es diesmal auf Black Soul Diana schieben und sie wird öffnen. Mit mir hat er auch noch nie Glück. Nein. Aber ich versuche es. Wir hatten die letzten 25.000 Zeitkristalle. Keine Sparkingkarte. Diesmal nur 10 Eröffnungen, also 4 Mal. Ich hoffe es beim ersten Mal schon einfach zu schaffen. Und dann sparen wir uns die Kristalle. Denn wenn wir 10 Mal ziehen, bekommen wir die Glöckchen, die sehr geil sind zum Trainieren. Und ich habe Angst da in der. Ich habe Angst. Ich verstehe es. Ich bin nicht so der Glückssprung. Ich verstehe es. Damit du aber auch weißt, zu was es geht. Wir wollen hier nämlich diesen geilen, aufgeblasenen Super Saiyajin Super Vegeta ziehen. Ihr passt. Dann habe ich ja das passende T-Shirt wirklich angezogen. Ja, Vegeta ist am Start. Vegeta bei Diana. Und es gibt noch den aufgeblasenen Super Saiyajin Super Trunks. Die zwei hätten wir gerne. Okay. Ich habe mich verdrückt. Aber ist egal. Bin ich dabei. Diana, ihr seht, am Handy. Diana drückt jetzt drauf. Diana drückt jetzt drauf. Da rechts auf das 1000. Drückst drauf. Und jetzt machen wir ja. Leute, das erste Opening wird uns ein bisschen mehr Glück bringen. Es downloadet, Leute. Entweder es ist die neue Extreme Karte oder wir haben schon das Parking. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst. Wir lassen das Video laufen. Ich habe Angst. Er geht in den Super Saiyajin. Es ist schon mal 100% Extreme Karte. Jetzt kommt nur die Frage. Kann er Freezer besiegen oder nicht? Das ist die große Frage. Es sieht, glaube ich, nicht so aus. Ich tippe mal auf den neuen Extreme C-17. Es sieht leider nah aus. Ja. Es wird C-17, denke ich mal. Ich glaube, der Anna hat uns den neuen. Ja, das wird er sein. Ja, der neue C-17. Ist gut im Ratten. Ja, leider, weil ich eh weiß, ich kriege keine Sparkingarte. Ein Grelin. Ein... Pflanzen, man wollte ich sagen. Jan-Chu. Nehme immer. Wo ist die Pan? Wo ist die Pan? Und noch einiges Stream. Hans Frost. Noch einiges Stream. Noch mal den neuen. Ah, zweimal C-17. Noch einen Goku. Ja. Immerhin, zweimal neu. 70 Charaktere auf Feiergeschalten. Nehmen wir auch gerne mit. Und der hat natürlich direkt den Limit Break auf zwei Sterne. Er sieht cool aus. Das muss man ihm lassen. Er ist leider rot. Das ist nicht so geil. Und hier eben die zehn Glöckchen, wenn man die Tausender zieht. Deswegen würde ich euch echt raten, spart auf die Tausender. Ganz wichtig, spart auf die Tausender. So. Das erste Versöhrchen. Noch mal leider. Du darfst noch mal drücken. Gibt es ihm hart. Ja, du willst. Ich will. Jetzt mal gucken. Es steht kein Download, aber es könnte noch immer eine Sparking-Karte sein. Drei Kapseln. Ah, kein Super Saiyan-Gin. Komm. Vegeta, komm. Wir brauchen deine Hilfe. Es war ein Unentschieden. Es wird auf jeden Fall eine Extreme-Karte. Ich bin echt gespannt. Er gewinnt sogar. Es wird ein Sparking-Karte gezogen. Bitte Goku. Bitte nicht Vegeta. Weil es stand kein Download, also kein neuer Helm. Ja, schon klar. Aber ich hoffe auf Goku. Die 19 nehme ich gerne mitzunehmen. Aber ja, es wird ein Yam-Chu. Es gibt zu viele Yam-Chu in dem Spiel. Zu viele Gokus eigentlich auch, ja. Noch mal ein C19. Da ist unsere Sparking-Karte. Es ist Drunks. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob er einen Stern hoch geht. Bei Goku hätte ich es gewusst. Bei Super Saiyan-Gin-Songoku wäre es hundertprozentig gewesen. Aber du hast mir eine Sparking-Karte schon gezogen. Muss man schon mal sagen. Also das ist schon immerhin. Noch mal C17. Ich habe bei sowas nie Glück. Und noch mal C18. Die ist auch sehr stark, Leute. Wenn ihr die habt, level die. Die ist wirklich gut. Geht dann den Stern hoch. Wir sehen es noch. Ne... Ja! 5 Sterne! Nice! Das ging schon mal gut. Das war schon mal voll okay. Nehme ich mit. Ich bin ja auch sehr großer Trunks-Fan. Ja. C19 geht auch hoch. Nehmen wir gerne mit. Eben wegen dieser Z-Fähigkeit. Wo ist unser Trunks? Komm Trunks. Ja! Noch ein Stern dazu. Nice! In meiner Abwesenheit, wie ich ja nicht da war, sondern auf der Gamescom, habe ich ja auch eine Sparking-Karte gezogen bei diesem täglichen 20er-Zien. Und... Da war es leider Super Saiyan-Vegeta. Hatten wir schon. Also nicht Super Saiyan-Super-Vegeta, sondern Super Saiyan-Vegeta. Wir haben noch zwei Versuche da, ne? Drück dein Knöpfchen. Ab geht die Party. Er drückt. Wieder kein Download. Unser Hauptzeichen, dass wir wissen, was kommt. Aber wir beten weiterhin auf eine Sparking-Karte. Wie gesagt, ich nehme auch sehr gerne den alten Super Saiyan-Zongoku. Auf jeden Fall. Da würde er noch einen Stern hochgeben. Rote Schrift ist wieder für eine Extreme-Karte. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Er gewinnt schon wieder. Was sagst du? Trunks, Vegeta oder Goku? Ich hoffe auf Vegeta, wenn ich schon eine Short-An habe. Vegeta. Du willst noch einen Vegeta ziehen. Aber ich will keinen Vegeta. Also den alten. Es kommt auf jeden Fall der alte. Das wird... Noch ein Trunks. Du ziehst uns hier die Trunks raus ohne Ende. Und C-17 auch, ja? Du siehst uns sehr oft der 17 gezogen. Das ist der Mama-Instinkt anscheinend. Der Mama-Instinkt bei C-17? Nein, bei Trunks. Achso, bei Trunks. Oh, der Trunks. Ja. Piker hat noch eine Extreme-Karte. 9,19. Man hat relativ viele Extreme-Karten, muss man sagen. Wirklich. Das war jetzt nicht so schlecht eigentlich. Der Ausbeute. Der hat es da aus, natürlich bei Trunks, da ist es wieder ewig, bis er noch einen Stern hochgibt. Der kleine Kava, der, ja, niemanden irgendwas bringt, bis es stirbt. Aber ihr wisst ja, ich bin ja, ich lebe ja alle Hero-Karten ganz hoch, ne? So, der Na, jetzt erst mal tief durchatmen. Man muss sich bemühen. Es gibt zwei neue Sparking-Karten. Ja. Super Saiyajin, Super Vegeta und Super Saiyajin, Super Trunks. Ja. Bist du bereit zu drücken? Bist du sicher? Du bist bereit. Ich halte das Handy hier. Bäm. Wir sind gespannt. Wir gucken. Wir gucken. Ich denke, da war jetzt nichts Neues. Aber ich hoffe noch immer. Oh, oh, oh. Es wird auf jeden Fall eine Sparking-Karte, sag ich schon mal. Es waren sehr viele Kapseln. Die Chance ist schon mal hoch. Oh, er verliert hier. Das war ein schlechtes Zeichen. Ah, ich stream jetzt mal für meine... Extreme-Karte wird jetzt hungerprozentig. Gewinnt er dann noch? Ah, verkackt. Das wird, glaube ich, keine Sparking. Ich glaube nicht. Die Chance ist immer da, zu einer Prozent sowieso. Aber ich denke nicht, dass das ein Sparking wird. Und Goku. Nachher noch einen Goku. Da brauchen wir eine Kokos, ne? Android 19. Das ist das scheinbar. C20. Hab mir noch gar nicht gezogen. Ein Chao-Zoo. Ein Paikoran. Noch nichts zu ihm. Cell haben wir auch noch nicht gezogen. Bisschen was anderes will ich das mal. Noch ein C19. Ja. Das war da. Das war nicht so. Nee, das war halt nicht so erfolgreich. Nee, nee, nee. Aber Cell auf 5 Sterne ist auch schon mal gut. Paikoran brauchen wir nicht. Ist nur der Hero Paikoran. Ich muss echt mal ein Hero Team spielen, weil ich nur so viele Sterne habe. Das ist wiederum gut. 5 Sterne Cell nehme ich gerne mit. Ist aber nicht schlecht. Mehr Leben für die Androiden. Aber ja, nochmal die Kühlchen. Willst du noch den einen rechten Link ziehen? Den nämlich mit rechts statt mit links. Willst du noch? Wir ziehen noch. Einfach just for fun. Ziehen wir uns noch den einen Hohen da. Und gucken mal. Ich sage, es wird Hero Goku. Downloading? Wir können, wir haben, ne es gibt, es kann jetzt nur eine Sparking-Karte werden. Ich will gar nicht hingucken. Es kann ich sonst nichts mehr downloaden. Das verwirrt gerade. Es kann nichts mehr downloaden. Gibt es noch eine Hero-Karte? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Gibt es noch eine Hero-Karte? Nice! Wir haben den Ball. Vegeta! Das Shirt hat Glück gebracht. Das Shirt, Leute! Das Shirt! Wir haben es mit dem letzten Hunder danach gezogen. Vegeta! What the fuck? What the fuck? Respekt, Diana. Respekt. Gibt es eigentlich Vegeta oder Vegeta? Das ist Vegeta. Also, so meinst du das. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will, ne? In den letzten Hunderter, Leute, haben wir ihn noch gezogen. Aber so geil. Unseren gelben, neuen, krassen Typen. Siehst du? Eieieiei. Seine Schatz bringt Glück. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich habe jetzt seit 25.000 Jahren nichts Neues gezogen. Das war das erste Mal, Leute, dass wir sowas Neues ziehen wieder. Pfff. Geil. Und noch auf den Prinz höchstpersönlich. Wenn wir jetzt noch Trunks ziehen würden, wäre es auch mega nice, denn Trunks ist grün. Und grüne Helden haben ja einen großen Mangel. Aber gelb nehme ich auch sofort hoch. Ich habe letztens auch, einigen ist sicher aufgefallen, mit dem 20er Puls einen einhändigen Genki-Dama hochgezogen. Auch ziemlich geil. Level ich auch gerade hoch. Jetzt habe ich wieder was zu tun. Mega nice. Mega nice, Diana. Dankeschön für die neue Karte. Das heißt, Leute, morgen sehen wir uns die Helden noch genauer an. Natürlich auch die neuen C-17 und die zwei neuen Super Saiyajins. Sehen wir uns dann am Montag ganz genau nochmal an. Und ja, mal gucken, Leute. Mal gucken. Und lasst gerne ein Like da für die Diana, die uns die neue Karte zieht. Mega nice. Ihr Video-Kanal. Ihr YouTube-Kanal, wie gesagt, in der Videobeschreibung, falls ihr auch mal vorbeischauen wollt. Auf ihrem Wurstel-Kanal, wo alles Mögliche kommt. Ja, Leute, das war ein erfolgreiches Video. Kurzes Video, aber erfolgreich. Und ja, danke, danke. Bitte. Leute, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Viel Spaß. Hau rein und ciao. Tschüss.